In diesem Video geht es um das Musical Legally Blonde. Ich erkläre dir die Entstehung, die Handlung und die Besonderheiten des Musicals. Das Musical Legally Blonde basiert auf dem gleichnamigen Film und einem Buch von Amanda Brown. Es erzählt die Geschichte von Elle Woods, einer jungen Frau, die sich an der Harvard Law School einschreibt, um ihren Ex-Freund zurückzugewinnen. Im Verlauf der Geschichte entdeckt sie jedoch ihre eigenen Fähigkeiten und ihren Wert als angehende Anwältin. Die Hauptfigur ist Elle Woods, eine modebewusste junge Frau aus Kalifornien. Weitere wichtige Figuren sind Emmett, ein Jurastudent an der Harvard Law School, und Professor Callahan, der die Studenten lehrt und testet. Vivienne, die neue Freundin von Alice' Ex-Freund, und Paulette, die Besitzerin eines Schönheitssalons, spielen ebenfalls wichtige Rollen. Die Musik im Musical ist eine Mischung aus Pop, Rock und R'n'B. Songs wie Oh My God You Guys oder Legally Blonde setzen den Ton und die Stimmung der Geschichte. Die Musik hilft, die Emotionen der Charaktere und die Entwicklung der Handlung zu unterstreichen. Die Bühnenbilder und Kostüme sind oft farbenfroh und extravagant, besonders wenn es um Elle und ihre Welt geht. Die Choreografie ist energiegeladen und unterstreicht das moderne und jugendliche Flair des Musicals. In manchen Inszenierungen werden sogar echte Hunde für die Rollen von Alice' Hündchen Brüser und Paulettes Hund Rufus verwendet. Das Musical behandelt Themen wie Selbstentdeckung, Frauen-Empowerment und den Wert der Bildung. Es zeigt, dass Oberflächlichkeit und Vorurteile nicht bestimmen, wer man wirklich ist oder sein kann. Der Wert einer Person ist nicht an ihr Äußeres oder ihre Herkunft gebunden. Das Musical wurde auch international aufgeführt, unter anderem in London, Sydney und Tokio. Jede Produktion hat ihre eigene Interpretation der Charaktere und der Inszenierung, aber die Grundhandlung und die Musik bleiben gleich. Neben der Originalverfilmung aus dem Jahr 2001, gibt es auch eine Aufzeichnung des Broadway Musicals. Diese wurde 2007 veröffentlicht und ermöglicht es den Fans, die Bühnenversion des Stücks bequem von zu Hause aus zu erleben. Das Musical Legally Blonde hat einen bleibenden Eindruck hinterlassen, vor allem in Bezug auf die Darstellung von starken, unabhängigen Frauenfiguren. Es wird oft in Schulen und Theatern auf der ganzen Welt aufgeführt und inspiriert junge Menschen, ihre eigenen Fähigkeiten und Talente zu entdecken. Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017 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 Vielen Dank.